Pum, 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 Pum. Wofür weißt du mir, wenn man es auch noch nerven kann? Das ist ja... Ich fahre noch mal zurück. Zwischendurch ist Traugamölf, aber jetzt ganz normal, heute ist Sonneturm, aufgehende Sonneturm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Auf, auf, auf! Ja! Vroni! 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 Komm her! Vroni! Sau! Ei, ei, ei! Ei! Boah! Scheiße! Hast du es gesehen? Ja! 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 Hallo Leute! Da jetzt einfach mal eine kurze Zusammenfassung von dem Video Rotwild. Wir waren da, wie gesagt, auf einer Rotwildjagd, war auch gut was drin. Man sieht da, also dann auch schön, wie so ein Alttier sein Kalb führt und das Interessante an den Tieren, an dem Rotwild allgemein ist, also die drücken sich bis zum letzten Meter und setzen dann also erst auch eine Flucht an in der Einszene, wo ich da ein bisschen umeinander fluche. Aber das ist halt einfach so, da hat man gesehen, wie praktisch das Alttier dann die Flucht startet und das Jungtier, das Kalb rennt hinterher. Es war ein bisschen heikel an der ganzen Sache, weil, ja, man hat es im Video nicht so gesehen. Ich habe es aber selber gesehen, also die Terrier sind dann, die Hunde sind alle hinterher und das Kalb ist praktisch dann auch vom deutschen Jagdterrier drauf getrampelt, würde ich jetzt sagen. Gott sei Dank irgendwo vorbei. Auf jeden Fall ist der so durch die Luft geflogen. Ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, dem Hund ist irgendwas passiert oder gebrochen. Ja, das war also eine Szene, die ich so ein bisschen einfangen konnte. Ich habe dann noch praktisch gemerkt, dass der Terrier von den Kollegen und meine Dana haben also auch wieder Rotwild gejagt. Ich bin also dann hinterher und habe also gemerkt, aha, sie rühren sich dank dem GPS-Gerät Garmin, sie rühren sich da nicht wirklich immer von der Stelle. Das heißt also, sie bleiben immer so ein bisschen auf einem Fleck. Hatte den Grund. Ich habe es dann auch gesehen, ich habe es leider nicht einfangen können, weil da hatte ich absolut keine Zeit für da zu filmen oder irgendwo rum zu hampeln, weil da geht bei mir immer der Jagderfolg bzw. das Tier vor, bevor ich da schöne Bilder oder Videos mache. Und ja, auf jeden Fall war das so, ich habe also gesehen, wie sich das Alt, das war ein einzelnes Alttier, sehr kräftiges, großes Tier, sich immer wieder den Hund gestellt hat, stehen geblieben ist, also gegen einen Hund, dann wieder gelaufen ist und sich wieder hingestellt hat. Und die Hunde haben natürlich gebellt und daran gearbeitet. Und da gibt es eine schöne Szene, wo ich sie verfolgt habe. Das heißt, ich bin also dann aus der Dickung raus und da war so eine Rückegasse, eine große Breite. Und da stand also das Alt hier praktisch in voller Größe da, hat so den Hund angeschaut, hat auch so ein bisschen mit den Vorderläufen gestampft, um sich den auf Abstand zu halten. Und meine Dana hat dann also da laut gebellt, gebellt, gebellt. Ich stand also da, vielleicht 50 Meter weg und sehe dann noch so, wie die Dana mich so seitlich anschaut und sieht, dass ich da bin und dann noch fester und so nach dem Motto, schieß, tu was, aber Alt hier waren natürlich nicht frei. Das muss der Hund dann auch erstmal kapieren. Oder das kapiert der Hund nicht. Und so richtig angeschaut, so nach dem Motto, jetzt tu was, erlegs, schieß, dass wir Beute machen. Ja, ich stehe dann da, der Hund bellt. Mittlerweile hat mich das Alt hier dann auch ein bisschen bemerkt, aber es gar nicht mal hat, ich weiß nicht, ob es mich bemerkt hat, ich glaube fast nicht. Und dann ist der zweite Terrier wieder dazu gekommen, da ist ihm zu alt, zu viel geworden und ist also dann wieder eine Flucht von 50 bis 80 Metern zurückgelegt und das gleiche Spiel nochmal. Ich bin dann irgendwann hinterher, hab Gott sei Dank meine Dana dann noch in die Finger bekommen, hab den anderen Terrier auch noch einsacken können und bin dann wieder in den Trieb, wo ich eigentlich hätte sein sollen, wieder zurück. Aber ich denke mal, das Spiel wäre dann keine Ahnung wie viele Stunden gegangen. Also es ist immer sehr interessant. Oder gerade Alttiere mit Kälbern, also die machen kaum Strecke. Das heißt also, die gehen 100, 150 Meter, stellen sich eine Dickung ein, bleiben bei dem Jungen. Und das ist also eine ganz interessante Geschichte. Und man sieht auch da, wenn so eine Kuh an einem, ja, haben ja doch eine gewisse Größe vorbeirennt, wie man es jetzt auch im Video vorher sieht, das ist dann schon gewaltig. Und ja, einfach eine schöne Art des Jagens. Also so nah kommt man eigentlich dann nur beim Durchgehen ran. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung. Ansonsten, wie gesagt, ja, ist so, war halt hauptsächlich Sauen, waren einmal drin, darf ich nicht, also ein großer Keiler, eine große Gruppe Sauer drin, da war ich in der Dickung drin, und dann auf einmal sehe ich es nur rauschen, man sieht so ein bisschen, also es war alles so mit Eis und Schnee ein bisschen überzogen und dann wuff, an mir vorbei. Da bin ich auch froh, dass ich nicht in der Ecke gewesen bin, wo der an mir vorbei ist. Aber ob sie den gekriegt haben, ich glaube da nicht. Die hat schon ein bisschen was mitgemacht. Und das sind dann halt so die schönen Erlebnisse. Ja, das war's. Zusammenfassung, Rotwildjagd. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer. Vielen Dank.